Das war ja schon mal ein ordentlicher Auftakt hier in Streets of Rage 4 in der ersten Folge zusammen mit dem Daniel von AFK alles furchtbar kommentiert, der auch jetzt natürlich wieder oder immer noch mit dabei ist. Hallo Daniel. Hallo, ich bin noch nicht weggelaufen. Es ist gar nicht so furchtbar mit dir. Ah, siehste, du bist ja auch nur fürs furchtbar kommentieren zuständig. Genau, ja, spielen ist manchmal auch furchtbar, aber ich versuche mich am Riemen zu reißen. Ach, euer Understatement immer. Mach mal weiter hier, zeig mal, was du kannst. Mach weiter, okay, gut. Ach, wir wollten ja, halt, wir wollten ja den Apfel oben stellen. Können wir das jetzt noch machen? Wir können mal rausgehen und umstellen. Das müsste gehen, ja. Ähm, Spiele ändern? Nö. Ah, da verzähl ich. Moment. Machen wir das doch fix hier. Nahrung. Ich übernehme mal eben. Ja, das ist die freie Auswahl. Aus dem kleinen Gegenstand machen wir jetzt, was machen wir denn da? Ich hoffe, ich kann mir das merken, dass die Pizza das kleine ist und der Schweinebraten ist das große. So würde es mir passen. Ja, gut, dann nehmen wir das doch so hier. Hoppla. Ach. Er will nicht. So, zurück. Jetzt da. Okay, gut. Dann gehen wir da bitte in die Story rein. Ähm, jetzt können wir auch die Charaktere nochmal wechseln. Könnte man eigentlich mal machen, ne? Ja, gut, dann. Was ist so dein Favorit sonst? Du hast schon den Cursor über Blaze, also ich nehme an, du nimmst Blaze. Hab noch nichts ausgewählt. Ich könnte auch mal Floyd auswählen. Habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Aber ich nehme mal Blaze. Aber dann sieht man vielleicht mal so ein bisschen was von den verschiedenen Charakteren. Hm. Gute Idee eigentlich. Alter Pier. Ich dachte immer, Pier wäre das Pier. Der Pier? Okay. Es ist nichts zu trinken, auf jeden Fall. So, jetzt werde ich die Gegner zwischen meinen Schenkeln zerquetschen. Das ist der Plan. Oder Gegnerinnen. Durch Snooze nu, ne? Was meinst du? Tod durch Snooze nu. Snooze nu. Ah, woher kenne ich das? Das kenne ich irgendwoher. Äh. Oh, Futurama war das, glaube ich mal. Da, schau mal hier. Hast du schon mal ein Pizza? Ah, Futurama. Brauche ich noch nicht. Leckeres Salami-Pizza. So, kann man die wieder, ja, man kann sie wieder in die Löcher rein prügeln. Oh. Guck mal hier, ich kann die hier durch die Gegend tragen. Aber hallo. Ich glaube, ich glaube, du, nicht so ganz. Warte mal, hier, guck mal. Hopp, zack. Nice. Sie befreit sich und hüpft freiwillig ins Loch. Oh, oh, das war fast gefährlich für mich. Nimm mal die Pizza. Du hast doch schon ein bisschen weniger gerade. Ach, sie befreit sich. Ich dachte, du hättest sie aktiv irgendwie zurückgefeuert. Nein, ich habe sie da nicht reingeworfen. Das ist natürlich nice. Das ist die Welt im Freitag. Wow, yeah. Wollt mal die Spezialattacke probieren. Wie weit falle ich denn da? Oh. Wie weit falle ich denn da? Und vor allem, wie viel Schaden macht der? Jetzt, hier. Jetzt wird Baseball gespielt. Allerdings in die falsche Richtung. Bam. Jawohl. Kann man eigentlich damit Nettes machen? Ach, nach hinten ist immer Treten. Das ist nicht auf die Waffe bezogen. Okay. Ach so, hier geht es nicht weiter. Also nicht runterfallen. Unten vorbei lassen. Ich wollte gerade schon runterhüpfen. Das ist aus Gewohnheit von den ersten Leveln. Oh. Boom. Da ist sie weg. Okay, hier oben kann ich auch nicht rum. Oh, hey. Oh Gott. Ich komme an dir vorbei, sonst hätte ich mich direkt gerecht. Oder hätte mal da hier. Bist unser Stern, Junge. Oh, oh. Okay. Oh, oh Gott. Haben die mir was abgezogen. Oder der eine da. Oh, die nächste Pizza gehört mir. Sag ich dir aber. Gerne, gerne. Ja. Oh. Du musst mal ein bisschen aufpassen. Ich bin auch schon ins Loch gefallen. Da ist gleich mal so ein drückten Leben weg. Ja. Also Loch war es nicht, aber. Oh. So, warte. Jetzt wird geworfen. Jetzt wird. Oh, ist keiner mehr da. Nimm mal das Messer. Oh. Hallo. Siehst du meine Fäuste? Ich brauche kein Messer. Okay. Dann, ich werfe auch gern das Messer weg und nehme das nächste. Kein Ding. Okay, dann doch das Messer. Auf jeden Fall bin ich gerade bereit, eins zu werfen, aber das bringt nicht so viel. Oh. Sag mal, was du auf darfst. Oh. Oh. Shit. Hey. Mr. Taser Man. Oh. Das hat sich gelohnt. Ja. Durch da. Oh. Ich weiß nicht, wo ich bin. Egal. Ich hau mal ab hier. Ich hol mir mal was. Ja, ich sterbe gleich. Ich darf das große nehmen. Ja, ja. Nimm so einen Schweinsbraten und ich nehme Reception Pizza. Und dann wechsle ich auf den Taser. Wenn hier nicht mal wieder so ein Automat drin ist. Das wäre zu einfach gewesen. Oh. Ach da. Da war noch einer. Ah. Wie geil. Du hast ihn gefunden. Den wusste ich gerade nicht. Ah. Oh ja. Oh. Oh. Das Alien Level. Ah. Die Geisterbahn oder wie auch immer. Die Geisterbahn, ja. Ach. Mit Blanka. Ah. Oh. Das waren noch Zeiten. Ja. Nimm dir den mal. Oh. 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 Was hab ich denn gemacht? Ah. Das ist meine Spezialattacke in der Luft. Ich bin total überfordert mit meinen. Das ist ja der Hammer. Cool. Mir hat bloß leider gerade noch nichts gebracht. Yeah. Der Typ, ey. Aber das Gegner. Nein, nicht das Gegnerverhalten, aber das Zuschlag. Oh Du musst das alleine machen. Ja. Toll. Hast du dich jetzt zum Alex degradiert oder was? Ja. Irgendwer muss das gemein. Ich hoffe, er sieht das nie. Er sieht das nie. Ah. 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 Ich wollte gerade den Spezialangriff machen. Ne. Mach ihn gar nicht. Dann mach ich halt so. Gut magst du das. Ah. Shit. Ich auch. Boom. Ja. Ah. Der ist so schnell immer gewesen. Wenn er so von oben kickt, hast du auch keine Chance. Jetzt hast du ihn. Yeah. Oh. Oh. Krieg was. Ach so. Hätt ich auch mal benutzen können, siehste. Na gut. Was ist denn, wenn wir da sterben? Dann sind wir nicht ganz tot wahrscheinlich, ne? Weil es nur so eine Bonusrunde ist. Oh. Guck mal, wir können so weit zurück. Was willst du denn für eine Waffe haben von den dreien hier? Ich nehm das mit Reichweite. Ich nehm, glaub ich, den Taser. So, hier darf man wieder runter. Aber der ist auch ziemlich. Ah, hier müssen wir runter. Genau. Ja. Der ist ziemlich schnell weg, der Taser, oder? Einmal zuschlagen, dann muss er weg. Kann das sein? Ah, okay. Naja. Egal, aber er ist lustig. Er pritzt jetzt so schön. Ich weiß immer nicht, wo ich da durch soll, weil du die irgendwie alle kriegst. Man, jetzt hat der mich da. Ja, das stimmt schon. Also, wenn er mal zulangt hier in meiner und nicht gestört wird, dann, äh, da wächst dann auf jeden Fall Kackgras mehr. Oh. Die Figürchen sind immer so langsam. Ich hab mich grad rückwärts gerollt. Ah, sie rollt sich ein Stück mit. Wenn sie rückwärts, äh, den Gegner wirft, rollt sie sich so ein Stück mit. Das hat mich grad irritiert. Ich nehm mir mal die Pizza. Mhm. Ja, hier ist noch ne Flasche. Ach, du hast ne Flasche. Ach, du hast ne Flasche. Ich hab hier noch ein bisschen... Du hast einen halben Pfand. Wie diese Ratten immer gucken. Was passiert denn hier? Ah, ja. Na, viel Spaß. Was haben wir da? Geld. Ich schmeiß sie mal durch den Bildschirm. Oh, was ist denn mit ihr? Oh, nee, das wollte ich noch nicht nehmen. Hab ich zum Glück auch noch nicht genommen. Äh, was? Was? Sie macht jetzt den Streets of Rage House Move. Ach, du Scheiße. Auch nicht schlecht. Hehe, schön gestampft. Oh. Ich guck mal, wann sie in meine Richtung kommt, weil... Man kann sie hier, ähm, auch schlagen, während man auf dem Essen steht, weil man das nicht versehentlich macht. Ja, genau, genau. Das muss ich mir allerdings auch noch angewöhnen. Oh. Was ist denn das früher passiert? Ah, das ist scheiße. Ah, wo kommt's? Wo kommt's? Da kommt's. Ich rät sie dir mal rüber. Ja, gib sie mir zurück. Aber wieder schön in die Mitte rein. Ja, jetzt, äh, ich komm grad angeflogen. Ah, komm. Oh, 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 ich bin gefahren. Ah. Oh, wie viel kommt denn hier noch? Ich mach mal den hier. Hilft das überhaupt? Na toll. Doch, dann, ja, du musst vielleicht ein bisschen näher noch stehen und dann... Ja, eben. ...und dann kriegst du auch einen. Ich versuch die ganze Zeit zu gucken, wer hier war. Hast du das gesehen, wie die mich einfach ausgedrückt hat? Ja. Nee. Nee. Aber ich hab dich gerecht. Jetzt können wir uns leider den Braten wieder nicht holen. Verdammt. Oder wird man eigentlich aufgefüllt zum nächsten Devil? Nee. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Na dann. Haben wir nur die Kohle verpasst. Puh. Ewige Punkt. Ich find das immer schön, wenn man hier so Schulnoten bekommt. C wie... Was ist denn C? Ist das 3? 3, ja. 3. Dritter Buchstabe im Alphabet. Ja, aber die haben doch, glaube ich... Geht das... Wie weit geht denn das? Die haben von A bis F. F ist 6, ne? Ja. Okay, haut hin. Bei DEF muss ich langsam umdenken, aber ABC geht noch. Das kriegt man noch hin, ohne viel nachzudenken. Ich benutze da schon die Finger für. Und dann ist es... Hab mir überall nicht drauf gemalt. Dann ist es übrigens auch noch so, dass... Lass mich jetzt nicht lügen. In Österreich oder in der Schweiz ist das mit den Zahlen auch noch umgekehrt. Bei denen ist die 6 die beste Note. Okay. Das ist mir jetzt neu. Du trollst mich jetzt hoffentlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Google das bitte. Ich nehme das jetzt mal als Bildungsauftrag von dir wahr. Ja, ja. Ich glaube, beim Studieren ist es doch so, oder? Dass man da auch Bewertungen nach Punkten bekommt und das Höchste das Beste ist. Kann sein, ja. Ich glaube schon. Dafür war ich zu dumm. Jetzt muss die Frage, wie viele Punkte das da sind im Studium. Keine Ahnung. So, okay. Das Grüne, da würde ich nicht reingehen. Da soll es kleine Vorwarnung. Nee, das sieht nicht gut aus. Oh, kann ich hier runterfallen? Ja. Ich gehe auch mal vor. Wer wird denn eine Frau schlagen? Oh, der läuft da durch. Der läuft da durch. Der wird dann zum Hulk. Ich sehe schon, der. Aha. Okay, keiner braucht es bisher. Wie du den immer hochnimmst. Das ist echt geil. Ich frage mich, ob da noch mehr geht, als nur rumzuschmeißen. Also ich weiß nicht. Also man kann da ja... Wie mit Max so springen und dann... Genau. ...irgendwie werfen. Das sah immer richtig brutal aus, wie er die in der Luft noch rumgeschwungen hat. Ja, ich brauche es noch am ehesten. Ich nehme mal die Pizza. Ja, ja. Ich habe so ganz wenig verloren bisher. Hier ist noch eine. Muss man aufpassen, dass Splinter nicht die Pizza abholt hier. Laufen ja immer so ein paar Ratten rum. Ja, genau. Da kommen dann noch so ein paar Schildkröten hier durch die Gegend. Oder Turtles direkt. Ja, also die Ratten sind ja schon zu sehen. Ah, toll. Ich latsche in das Grüne rein. Ah, hier ist ja auch noch so ein Braten. Okay. Oh, die wollte gerade ausholen. Oh, ja. Oh, shit. Jetzt habe ich aber nicht auf die Lady geachtet, die hier fröhlich angesprungen kommt. Mann. Den einen hältst du fest, der andere will es dir geben, ne? Oh. Oh. Ja, da... Oh Gott. Wo laufe ich da mit denn rein hier? Na komm, hier kriegst du mal... Nimm du dir mal den Braten. Der gehört so langsam dir, würde ich sagen. Ach, der Braten. Okay. Ach, der ja. Welcher denn noch? Hey! Das kam gerade diagonal. Wo kam das denn her? Hä? Da oben. Da oben müssen Löschchen da ein Dings. Ach, da hinten. Ach, das kommt perspektivisch aus dem Hintergrund. Boah, wie mies. Ah, so. Ach so, das zweite, da kommt nichts mehr aus. Okay. Boah, der kickt mich einmal quer durch den Bildschirm, ne? Ist ja auch hart. Ne, okay, da will ich nicht hin. Da kommt die Scheiße raus. Ja. Und du fliegst. Oh, shit. Oh Gott. Ja, weil sie sich halt da hinrollt, ne? So ein Mist. Oh, nein. Die nächste Pizza gehört mir. Ja, dann nimmst du aber gleich eine ganze Pizza. Eine Familienpizza. Bitte, ja. Die Mucke ist nicht schlecht. Oh ja, klar. Den Stern, ne? Den kannst du holen. Falls du es dir leisten kannst. Oh, oh. Wie war das jetzt mit dem Werfen? Das hast du vorhin so gemacht. Ey, ich hab aber auch nur Pech hier, ne? Äh, was werfen? Was meinst du? Messe werfen. Was war das für... Ach so, ähm... Das ist tatsächlich nicht im Kopf. X und B. Ach so, ja, okay, vergiss es. Das will ich nicht drücken. Aber das probier ich jetzt gleich mal. Wenn der nächste kommt. Nimm dir mal das Geld. Ich geh oben hin. Fum. Schau mal, da ist zwar keine Pizza, aber... Jetzt pass mal auf, guck. Ha ha. Hat's bekommen. Ach so, ja, für mich, für mich. Boom. Ach, er wieder. Guck mal, den kennen wir doch schon. Ach, kommt jetzt hier wieder Boss-Recycling? Nein. Über den durch die Bild werfen kann hier. Ui, jetzt rollt er. Jetzt brennt er. Ach, der Dicke auch noch. Ja, schön. Genau so muss das. Da kam ja andere. Die Lache, ne? Scheiße, was hat mich dann da erwischt? Au. Ich geh mal die Pizza. Oh, der Fette. Ja, mach mal. Wie geil, hast du beide zusammen gestampft in der Luft. War's das? Ach so, ja. Die sollen hoch? Ja, doch, ja. Wie geht's denn da hoch? Da an die Leiter hoch? Ah, ja. Was macht er denn da? Das werden wir ihm mal austreiben, oder? Hey, was kommt man hin? Ich muss auch mal. Der andere lümmelt da rum, das ist auch nicht schön. Leute? So geht das nicht. Da ist auch schon ein Loch in der Wand hier. Ah, die Mucke ist echt gelungen. Und ich muss sagen, ich find's gut, dass sie nicht einfach von damals recycelt haben in neuen Versionen, sondern dass es... Das ist optional aber mit drin. Also man kann auf Retro-Soundtrack umstellen. Das find ich auch wieder gut, wer's mag. Ja. Weißt du, das ist nicht ganz Idealgewicht, oder? Wenn ich das mal sagen darf. Hier gibt's kein Body-Shaming. Wir müssen das aufhören machen. Stopp! Hey! Lady. So, da ist wieder eine Pizza. Wer braucht... Eigentlich brauch ich eher, würde ich sagen. Ja, ja. Oder? Nicht, dass ich der Einzige bin, der das so sieht. Da ist auch noch eine Pizza. Oh, ich hab mal eben den Billardtisch kaputt gemacht. Ach, Moment, Moment. Da liegt noch eine Kugel. Hier. Ich werf mal die Kugel. So, jetzt spielen wir... Stimmt. Den 8-Ball. Da ist wieder so ein Container. Falls da irgendwo ein Taser auftritt, könnte das wieder so ein Bonus-Level sein. Okay. Ich mach erst mal hier ein bisschen, mir den Weg freizumachen. Oh! Hä? Sind wir gerade in einer Animation drin, weswegen der erster Heini nichts gemacht hat? So, Feuer frei. Ja! Vorsicht, Messer Heini. Was? Ach so. Ach so. Da habe ich nur so eine kleine Feuerfläche liegen geliecht. Ah, da ist ein Taser. Da ist tatsächlich ein Taser. Ey! Ne. Du nicht. Heute nicht. Lässt die sich eigentlich auch... Oh, oh, oh. Jetzt hat sie gerade... Ja. Ja. Ähm, ach so. Ach so, wegen des Automaten hier. Ja. Ach, da ist der Taser. Jetzt, jetzt, jetzt sehe ich alles. Ich muss ja erstmal überleben. Willst du das machen? Ich nehme mal die Flasche und... Ich glaube, ich nehme mir den Braten, habe ich so das Gefühl, ja. Ach so, dieses Trinken da ist auch Gesundheit oder was? Nee. Nein. Das ist nur für Spaß. Ich habe das noch nicht beobachten können. Du hast vorhin irgendwas mit Feuer gesagt, da war ich mit mir... Soll ich den Taser machen? Ja, ich mache den Taser. Okay. Nichts weit laufen. Riesse oder Flüssigkeit? Ja. Haut aus. Ah, wunderbar. Ich weiß nicht. Oh nein. Die Vega-Stage mit dem Ultimate Warrior. Wie schön. Ich gehe weg. Ja. Immer wenn er so aufsteht. Der Move hier, ne? Scheiße. Schön den Rücken genatzt. Oh shit. Komm her. Komm her. Oder auch nicht. Ah, ich könnte mal einen Stern aufwenden. So. Zack. Wenn da schon einer... Hey! Wer wird denn hier frech werden? Da werfe ich ihn doch mal. Klapp mal durch die Arena. Da macht schon Spaß hier. Mit seinen dicken Fäusten. Ich will die ganze Zeit die Spezialattacke machen. Ich denke mir die ganze Zeit auch schon wieder hier. Ich möchte dich nicht schlagen, aber das geht ja gar nicht. Willst du... Willst du... Ich nehme mal den Braten, du nimmst. Ja. Ach, das war es schon. Okay. Cool. Das ist nur noch so. Oh. Oh ja. Was haben wir denn hier? Hier ist noch eine Pizza. Die braucht jetzt gerade gar keiner. Kohle. Na gut. Oh. Vor einem mal geht es einem wieder gut. Gut ausgerüstet. Ja. Ach, das Känguru aus dem dritten Teil. Das war auch furchtbar. Soweit hat man es ja immer noch geschafft. Der kommt bestimmt hier gleich reingejumpt. Ne, wir sollen weitergehen. Okay. Hilf mir mal auf die Sprünge mit dem Känguru. War das ein spielbarer Charakter oder war das ein Gegner? Beides. Der war... Den habt ihr, glaube ich, auch noch gesehen, oder? In eurem Playthrough. Bin ich mir gar nichts passiert. Der hat so ein Herrchen dabei gehabt und die musste man irgendwie beide kriegen und den konnte man beim nächsten Durchlauf, ich nehme mal einfach was, beim nächsten Durchlauf konnte man ihn dann irgendwann auch spielen. Ich glaube, so war das. Oh. Hübscher 80er-Schneuzer hier. Hey. Ach, der ist das. Oh, shit. Wie der? Ach so, ja, das könnte dieser Barkeeper sein aus dem zweiten Teil, ne? Ja, aus dem Hinterhof, wo es so regnet, ne? Ja, genau. Schmeißen wir rüber. Ja, ich... Oh, 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 oh. Hat auch den gleichen Namen, Barben. So hieß der nämlich. Oh, ja, oh, ja. Oh, der hat meinen Spezialangriff geblockt. Was fällt ihm ein? Oh, da kommst du nicht mehr weg. Aber man kann die... Man kann die Motorräder hier kaputt machen. Das ist mal ein bisschen mehr... Oh, oh, oh. Könntest du ihn auf da reinhauen? Wenn es hier schon ein Sternchen gibt. Oh, warte mal hier, warte mal hier. Haben wir den Motorräder. Ha! Eine fette Lady kam aus dem Hintergrund. Na, schönen Dank. Oh, ich nehme mal den Praten. Oh, oh, macht er was? Okay, er hat einfach nur... Er macht einmal den Chuck Norris hier. Oben. Die Ahnen nix und ich komme aus dem Hintergrund. Oh, weißt du was? Oh, oh Gott. Das ist ja unfassbar. Oh, nimm du mal die Pizza. Oh. Ja, ja. Oh, oh, oh. Andere Seite. So, ein Motorräder hast du stehen lassen. Ah. Ja, das machen wir mal weg hier. Schön. Die kann man schön in der Luft halten. Wie geil. Ah, ich hätte gerne noch die Pizza genommen. Das müssten sie einem geben, was man nicht mehr geschafft hat aufzunehmen. Das wäre cool. Aber egal. Ja, aber effektiv bringt es dir ja auch nichts. Ja, stimmt. Da man eh aufgefüllt wird, ist ja alles gut. Vielleicht so eine Pizza to go zum Mitnehmen, dann kannst du die im nächsten Level nehmen. Genau. Click and collect, sozusagen. Sozusagen. Nicht Click and meet oder Click and... Keine Ahnung, wie es heißt. Click and collect. Da, schau mal. Oh, alle freigeschaffen. Alle Streets of Rage 2 Charaktere freigeschaffen. Siehst du mal, ist doch gut, wenn man ein Spielsatz Pro an seiner Seite hat. Hm. Okay, mach weiter. Wir liegen noch kurz gut in der Zeit. Welches Mozard hat der sich jetzt eigentlich genommen? Du hast doch gar nicht mehr ganz gelassen. Gute Frage. Oh, jetzt kommt Chinatown. Nett. Wie er instinctiv aus dem Weg geht. Oh, was habe ich denn hier? Einen Boomerang? Der fliegt jetzt sofort. Pass auf. Was? Das hat nicht geklappt. Moment. Hä? Mach du mal. Ich mache hier immer den Weg frei. Ach, den wirft man eh schon. Den wirft man ohne, dass man ihn... Ich wollte jetzt schon die Spezial-Kombi machen. Oh. Ah. Oh. Ne, das war jetzt nicht so gut. Obwohl. Ich werfe immer, wenn es gerade nichts bringt. Ah, was für ein Talent. Ich sorge mich mal um die Hackbällchen jetzt da. Was? Warum kommst du mir denn jetzt hier hinterher? Ich mache doch den schon. Was für Hackbällchen. Ja, aber Hackbällchen. Ich habe doch hier das Schlitzelmesser. Ach so. Mal ein Hackbällchen. Ich nehme mir mal die Pizza. So. Na, dann mach. So geht es mir ja auch immer. Man plant was Schönes und dann bumm. Geht es schon von Anfang an nicht gut. Bam. Oh. Wie nennt man sowas? Aber das haben die Turtles auch gehabt. So ne... Naja. Die Asia-Fans mögen mir verzeihen. Oh, hey. Wie heißen die Dinger denn? Nunchakos oder so sind das nicht, ne? Ne, das... Mit dem Seil dazu. Irgendwann geht seine Deckung nicht mehr auf. He, he, he. Ach, dann schmeiße ich ihn. Ist ja auch okay. So, den Braten braucht noch keiner. Aber du am ehesten. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, nimm du mal. Ich, ich nehm ihn halt mal. Da hat er den Braten gerochen. Oh, yeah. Na? Lady wollte mich fertig machen. Oh, die steht zu weit unten. Frechheit. Ah, mach mal ein bisschen die Tonnen auf. Hol mir mal das Geld da an. Oh, warte mal. Hab ich da, hab ich da einen Stopp? Ich kann einen Stopp schon. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Genau. Jetzt schlage ich. Oh, oh je, scheiße. So ein fetter. Hau ab doch. Ey, das war hier aber, das war hier aber ein Vergehen gegen die Verkehrsordnung. Das geht so nicht. So, was haben wir da? Genau, kannst du auch mal wieder so ein Stern. Oh, deins. Oh, man. Ein Sternchen nehmen. So. Ich bin auf Diät. Ich kann hier nicht so viel essen. Du hast einen hohen Grundumsatz. Es muss was reinkommen. Oh, oh, der hat sich weggerollt. Der ist ja clever. Badabum. Hoppla. Wieso denn nicht hier gegen diese Tonne? Ja, ja. Ich sehe mich nicht, aber ich haue einfach mal drauf. Ja, na, das ist dann natürlich er wieder. Der rollt sich weg. Man will ihn greifen, er rollt sich weg. Oh. Da hat er noch hinten eins. Ich dachte, der ist alles weg hier. Der da unten wartet, bis wir hier fertig sind, ne? Gib mir den mal rüber. Na, lass mal. Ich hab schon. Hast du das mit dem Schein gerade getrunken? Willst du die Waffe nehmen? Ach, da ist auch noch eine. So ein Hackeballchen. Oh. So. Ah. Jawohl. Und zack, zack. Irgendwann kann er nicht mehr. So. Da ist ein Braten. Oh, den nehme ich, ehrlich gesagt. Hm. Zack. Den Rücken aufgeschlitzt. Oh. Und die Brust auch gleich. Geh mal unten rum. Da ist noch ein Messer. Den kannst du jetzt auch als Matt verkaufen hier. Oh, den Oktopus hier. Ja, passt ja zu Chinatown. Wenn man so diese Warnschüsse macht, ne? Daneben haut und eigentlich gerne treffen würde. Ja. Wenn man so daneben steht. Ich frag mich halt, was der denkt dann gerade so. Ja, ja. Mach du mal, ne? Ich hau dann zu, wenn es passt. Ja, genau. So. Ich geh mal ein bisschen weg. Hier ist wieder Pizza. Braucht keiner von uns. Ich nehm sie. Genau. Damit noch mal was aus dir wird hier. Junges Mädel. Oh. Scheiße. Immer diese Flammen, ne? So. Oh. Oh. Puh. Oh. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Huch. Was hab ich denn jetzt gemacht? Äh, ich nehm beide Pizzen. Ich fürchte, ich nehm beide Pizzen. Da. Ah, das hab ich gemacht. Ach so. Okay. Und wieder zurück. Zurück an den Absender. Return to Sender. Oh, das ist ja hier auch so ein Martial Arts Heini, was? Ja. Kann man die Vasen hier kaputt machen? Bestimmt. Wenn's denn so Vasen sind. So, du kannst dir ne Pizza annehmen. Nehmen wir erstmal ne Kohle. So. Na gut. Ich hab echt noch nicht so den Plan, wie man den am besten macht. Der ist, ähm. Ich probier mal was da so. Aha. Das kann er. Okay. Sehr schön. Der blockt hier nämlich ziemlich viel. Ja, merk schon. Okay, da ist noch ein Braten. Sehr schön. Sehr schön. Ich bleib mal unten. War da nur ein ganz kurzes Zeitfenster. Oh, nein. Ja. Oder auch so. Ich nehm mal ne Braten hier, ne? Boah. Ja. Scheiß. Ich wollte die ganze Zeit Spezialattacke machen, oder? Stimmt. Die hier. Oh Gott. Okay, dann mach ich die. Oh. Ne, das war auch nicht so gut. Ach, mir geht's aber noch gut. Und? Was sagt er zum Messer? Selbst ein Messer kann er blocken. Na toll. Das nicht. Das auch nicht. So, komm, hier nimm die Spitze. Da, hier. Wieso ich? Ne, du hast weniger. Du hast weniger. Aber, 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 aber. Ich nehm hier schon die Waffe. Guck. Mein Gott. Kann ich wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Bin mit den Kalorien schon im fünfstelligen, äh, Bereich. Muss doch. So, Hellebade. Ah, scheiße. Was? Warum hab ich denn grad das Messer geworfen? Das versteh ich nicht. Ich hab's richtig geworfen, ohne Kombination. Warte mal, warte mal. Ne, das ist fallen lassen. Ich hab keine Ahnung. Lass mir mal die Seite hier. Hier sind doch nur kleine. Du bist auch so dressiert, ne? Du willst auf alles gehen, was hier, was hier kommt. Hab das schon bei, bei dir und Alex gemerkt. Dem ist auch teilweise nix übrig geblieben, aber der war ganz froh drüber. Boah, was ist das für ne schöne Waffe hier. Ne Hellebade, oder? Also ich hab damals mit Alex rumgerätselt, ob man das Hellebade nennt. Vielleicht weißt du wieder, wie man das Ding korrekt nennt. Ne, ich hab keine Ahnung. Ich hab da nicht mal irgendeine Ahnung. Oh. Okay, die kommen auch mit dem Zeug an. Alles klar. Das hat auf jeden Fall ne gute Reichweite. So viel kann man mal sagen. Aber ob das immer so gut ist, mal wechseln. So. Klassischen Baseballschläger hier. Das geht uns beiden grad nicht so blendend. Cool wär's ja, wenn ich mit meinem Charakter jetzt zwei Waffen tragen könnte. Da hätte ich Bock drauf. So zwei Hellebaden. Links, rechts. Boah, jetzt hau ich hier schön in die Ecke rein. Da war der Baseballschläger auch schon wieder weg. Ich lass ihn dir mal nicht. Ich kümmer mich mal um links hier. Oh. Soll ich doch mal hinten mithelfen? Hier? Nein, ich will selber sterben. Ganz alleine. Okay, kriegst du rein hier. Tatsächlich gestorben. So war das jetzt nicht geplant. Ja, egal. Passiert. Kann ja nicht davon ausgehen, dass man sich immer retten lässt. Oh. Yeah. Da fliegt was. So. Ey, die können sich ja noch nicht mal die Hosen richtig anziehen, ne? Sowas muss auch bestraft werden. Ah, so richtig ein 90er-Jahrestal. Trägt man sowas heutzutage noch? Ich weiß nicht, ich fürchte schon. Ah, nee, stimmt nicht. Heutzutage trägt man Hochwasserhosen. Dafür wurde man früher auf dem Schulhof verprügelt. Aber das ist nur meine Meinung. Man wird auf dem Schulhof ziemlich viele Sachen verprügelt. Ah, shit. Das sind zu viele. Drei sind einer zu viel. So, als Belohnung dürfen wir uns hier die nächste Pizza aufteilen hier. Ja, sind ja ein paar. Ja, das reicht. Das andere lassen wir liegen. Wie die Arena hier brennt. Huch, kommt jetzt ein Fluglevel? Oh, schöne Reflexion. Ah. Ist schon nice gemacht. Der könnte jetzt bekannt vorkommen, der da jetzt kommt. Oh, nein. Der Minion vom Boss. Scheiße. Den habe ich ja immer richtig gehasst. Der war ja super fies. Mit dem kannst du ja wirklich fast gar nichts machen. Team Taktik. Oh. Aber er reagiert aber auch sofort, ne? Bitteschön. Du machst den Rest. Ich habe ihn dir rübergegeben. Du machst den Rest. Ich sehe gerade. Dann kriegst du wenigstens den kleinen Grampel. Ja. Ah, shit. Was? Ich wollte mal diesen hier machen. Wenn man es schon hat. Immer wenn ich so einen Stern einsammle, werde ich daran erinnert. Er ist halt super schnell, ne? Ah. Ja. So. Oh. 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 Komm. Ich finde das immer wieder geil, wie der seine super Laserwaffe da rauskommt. Oh. Oh. Ja. Ach du Scheiße. Hoppa. Oh, den kannst du ja nicht mal greifen. Ach. Hat er sich jetzt irgendwie... Hat er jetzt sein Spirit Animal rausgelassen oder was? Mhm. Na super. Okay. Nimm mal bitte unbedingt den Braten. Oh, guck. Ich kann ihn einfach schlagen. Dass ich das noch erleben darf. Ich habe ja kein Special mehr. Schade. Ich hätte nochmal ganz gerne... Ah. Jetzt ist es gelohnt mit drei vor der Nase. Ich mach den. Ich mach den. Ah. Ich werfe was. Oh. Komm. Ey. Wie soll er... Wie konnte er uns entkommen, ne? Im Doppelclinch hier. Es ist ein asiatischer Kämpfer. Der sieht Sachen, die kannst du gar nicht spüren. Naja. Na, vor allen Dingen. Ich spüre Sachen, die kann ich gar nicht sehen. Weil er so schnell ist. Schön. Hast ihn gegriffen. Ja. Ja, da fliegt er. Ja, aber das machst du auch nur ganz kurz. Au. Wow. Verdammt. Ich wollte ihn in die Luft. Yeah. Sehr schön. Puh. Ja, wie geil. Da kann ich vielleicht ein bisschen was spoilern zu dem. Das ist der letzte Charakter, der man freispielen kann in dem Spiel. Nein. Nein. Ich wollte gerade nicht sagen, nicht spoilern, sondern Cliffhanger. Weil wir doch hier so gerade so schön das Ende von der Folge haben. Ach so. Egal. Hat keiner gehört. Aber das ist ja noch nicht das Ende vom Spiel. Ja, stimmt. Ja. Und wir haben ihn ja nicht. Also da müssen wir doch schon noch zwei, dreimal spielen, um den frei zu spielen. Ah, das machen wir auf jeden Fall. Aber für heute ist erstmal Schluss. Habe ich nämlich gerade rüber gelinst. Zeit ist rum. Liebe Leute, ihr klickt fleißig in die Videobeschreibung. Da ist der Kanal von Daniel und seinem Kumpel Alex verlinkt. AFK, alles furchtbar kommentiert. Und ja, seid ihr da mal fleißig. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Streets of Rage 4. Ich finde, bisher geht es gut durch, aber das wird noch fies werden. Ne? Ich spoilere nichts. Ne, sehr gut. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss. Tschüss.